Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reakt hier auf Pete's Meat TV. Heute mit allen außer Jay und wir schauen uns an Epic Moments und Crazy Things, die Wind Copilation. You're crazy. Es ist blau. Es ist blau. Yo, nice one. Ich verschte ein Bibi. Oh Gott, that is cool. Das sind wirklich super coole Grußkarten. Ist das eine Doppelkombination? Das ist krass. Nice. Oh mein Gott. What the shit. Das muss man sich auch erst mal zutrauen, wenn man da so umgammelt mit Bier. Ich glaube, das haben die ein paar mal geübt. Ich sage, er kräht in Berlin einfach krass. Genius motherfucker. Das klappt übrigens bei Sammy auch immer, wenn ich die Aufnahmetaste drücke und er ist in meinem Büro, dann mautzt er. Spezifisch bei der Aufnahmetaste? Ja, weil ich dann immer so, weiß ich nicht, da haue ich ein bisschen mehr Elan drauf und da weiß ich nicht. Das ist irgendwie, weil ich normal schreibe auf der Tastatur, macht er das nicht. Aber immer, wenn ich so dieses eine Mal auf die Tastatur drauf haue, dann... Wild. Mordst du ja. Das ist ja krass. Der hat gefragt, wo ist das und das und der hat es einfach nicht gesehen. Oh. Oh. So, the exercise for my readers is to tell me, what is the equation for the curve of this track. Nein. Mach mal, Marit. Marit. Nice. Krass. Sachen, die niemand braucht, ich liebe es. Unnötig, gefährlicher Scheiß. Mein Vater hat mir immer gesagt, du brauchst mich, du nimmst mich, du nimmst mich. Und so, den letzten Tag hatte ich ihn geschrieben, damit ich es tatuiert habe. Schau. Das ist, warum du mich geschrieben hast? Ja. Das ist echt. Mhm. Weird. What the fuck? Elf hat so ein Verbrecher geworden. Ich glaube, die kriegt jetzt einen drüber. Hä? Oh, super cool. Oh. Krass. Oh, dat ist eng. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Was? Okay, dann hätte ich nicht gedacht, dass das geht. In Paris machen die ja, die rammen dich dann einfach immer ein Stückchen vorn, ein Stückchen zurück. Ja, das ist dann der gute Ton. Ja, eigentlich hatte man dafür früher auch, ich glaube, die Pariser sind einfach nur in der Zeit gefangen, weil eigentlich hattest du dafür früher Stoßdämpfer. Also diese Dinger, nicht Stoßdämpfer, aber diese Dinger, die ja vorn und hinten halt dran sind. Ja. Die waren ja früher aus so einem Gummi, Hartgummi oder irgendwie sowas? Ja, ja. Genau dafür waren die ja eigentlich. In so einem Leben die das da halt, ja. Cool. Okay, so this is awesome, this door is gonna do an impression of Miles Davis. Was? Was? Ach du Scheiße. Okay. Was? 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 Das ist stark. Das ist super geil. 50 Stunden Falten. Ach ja, was? Scheiße. Ey, das ist aus einem Stück? Glaubst du schon. Ey, das haben wir auch mal. Loll. Ich wollte gerade sagen, warum hat der Ventilator neu? What? Genau. Weißt du, man muss ja ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, ja, wenn man dann überlegt, was für großartige Wesen wir sein könnten, ja, wie viel Geistesblitze und Intellekt und so weiter wir in diesem Leben schon verstreut haben, wie viel Bullshit wir das schon benutzt haben, statt Aids zu heilen oder so. Ich glaube wir werden schon weiter, wenn wir… Das ist einfach ein bisschen komplizierter als Löcher in Strohhalm machen. Ja, ne, ich meinte jetzt nicht nur Löcher in Strohhalm machen, ich meinte es nur generell so, so bestimmte… Stattdessen gucken wir im Reacts. Ja genau, stattdessen gucken wir halt so Reacts und so Geschichten. Hm. Oh, 28% ist aber schon… Ja, das habe ich gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Ist da kein Chain mehr? Neue Meter freigeschaltet. Ah, krass. Gewichtssparen. Ja, genau. Wird wahrscheinlich deswegen disqualifiziert. Okay, das ist aber cool. Cool. Witzig. Das ist genau so macht Emma das auch. Verstreche mich. Bup. Oh, nice. Stark. What the fuck? What? We- 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 Musik Awww Awww Das find ich so satisfying Yo, what the fuck Um Kölner dumm sind? Ja, beschäftigt dann Ja, okay Ich glaub da ist der auch schon ewig beschäftigt Awww, danke Awww Na, cool Awww Out of nowhere Awww Awww Oh, stark Yo Das sieht doch AI aus oder? Awww Ja, stimmt das in echt, bist du da Ja, stimmt das in echt, bist du da Ja, das sieht doch aus Oh, du heilige Scheiße Cool Das ist nice Oh Du warst smart mit dem Reifen Yo, voll Dann fliegt er einem sowas doch nicht gegen den Oberschenkel Ja, genau Wie cool Wie cool What the fuck Was sind die mehrere nächsten? Ah, das hab ich schon mal gesehen Ja, das haben wir auch schon mal gesehen Ja, das haben wir auch schon mal gesehen Was ist das denn? Ist das doch ein Partyspiel? Das sieht cool aus auf jeden Fall Das ist auch wild Das macht ganz schön Dreck Weil wie das spritzt Ja, cool ist trotzdem Mega cool Er macht das ja auch wieder sauber Cool Ey Ey Boy What's up? Ja Ja, moin Kurz die Socken gewechselt Ja, da wird mal Zeit Was? Oh Okay James Bond was ach du scheiße das ist so ein dude der hat auch weil ich das gerade sehe aus dem selben material also wie das hat auch mit so einer kurbel und so weiter eine riesige murmelbahn gebaut die musik spielt die dann halt auch so angetrieben werden muss und alles darin basiert halt auf dem antrieb in dem er halt dreht abgefahren der ist so ein künstler halt und der baut so maschinen selbst und der hat einen jetzt fertig und das video davon hat auch echt viele millionen aufrufe knapp das beste von dem ich weiß nicht mehr 52 millionen nice viel arbeit steckt hier auch nicht so schlecht alter wie der fisch sich auch noch welp boah mach es boah was klasse yo what the fuck what is that irgendwelche plättchen die sich drehen wie tief möchtest du fallen hier wild yo wow das ist ja fett das sieht geil aus gesichtsbremse nein das war cool das ist ein anime tja oder manga man weiß es nicht aber eigentlich sehr animiert wie schnell müssen die bilder durchlaufen was 23 pro sekunde wie schnell müssen die bilder durchlaufen damit man quasi genau die grenze zwischen manga und dem anime kommt so hast du ja animiert 24 bilder die sekunde weiß ich nicht weiß ich nicht und dann stehe ich da am ende hä als ob die das alle können anscheinend das ist geil das ist wirklich stark lot what american pie belgian waffle oh das muss ich mir angucken naja ich werde immer noch ausgelacht never ever ich werde sagen oh man ein final will coming hm 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 oh alle karten also cool ok das war viel gut für euch für uns ich hoffe das hat funktioniert vielen lieben dank dass ihr heute eingeschaltet habt und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag bis dahin haut rein tschüss tschüss